Also, ich habe ausgegeben für insgesamt fünf Mahlzeiten... Oh. Was geht ab, Boeing Family? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Steven! Kopiert! Oder auch probiert. Könnt ihr euch eigentlich aussuchen. Heute wird es nämlich wild. Und zwar kopiere ich Sophia Bünding. Bei uns nennen wir sie eigentlich The Machine oder The Robot. Und zwar hat sie diese App To Good To Go getestet. Und zwar gibt es bei dieser App kostenlos... Naja, das ist nicht kostenlos, aber sehr, sehr günstig essen. Und diese App versucht sozusagen gegen die Essensverschwendung anzukämpfen. Sprich, ich habe mich hier bei dieser App registriert und eingeloggt. Und mir für heute ein Frühstück reserviert, damit keine Essensreste verschwendet werden. Und zwar das Ganze im Best Western. Das heißt, ich kriege Hotelfrühstück für günstiger wegen dieser App. Ich glaube, das Frühstück hat 3 Euro oder 3,50 Euro gekostet. Aber gleich mehr dazu. Und ich hole das Frühstück jetzt einmal ab. Ich bin richtig gespannt. So, meine lieben Freunde, kurze Randinformation. Ich musste so eine Tupperdose mitnehmen. Denn da wird gleich mein Frühstück reingetan. Ich bin jetzt angekommen und gehe jetzt einmal rein. Und bin ganz gespannt, ob die auch Bescheid wissen. Weil ich habe sowas noch nie gemacht. Mein RTL! Und ich bin gespannt, was es gibt. Zum Frühstück. Hallo, guten Tag. Ich bin hier über diese App Too Good To Go. Und ich weiß nicht, wie das läuft genau, um ehrlich zu sein. Mir wurde nur gesagt, ich soll so eine Brotdose mitnehmen. Ja. Dann gebe ich die einmal weiter. Hat geklappt. Lieber Aufschnitt. Lieber Aufschnitt, ja. Danke. Wenn es geht, kein Käse. Ich bin nicht so der Käse-Fan. Aber sonst kann ich gerne alles, ja. Welcher Kaffee? Kaffee bin ich nicht so der Fan. Haben Sie auch Tee oder so? Ah, ich nicht. Eigentlich nicht. Ah, okay. Oder reise Schokolade oder irgendwie so. Ich habe Tee in. Pfefferminze, wenn Sie haben. Ja. Sehr lieb. Vielen Dank. Das Getränk. Das geht so. Genauso perfekt. Alles gut. Einfach drauf lassen. Ob es durcheinander ist. Dankeschön. So. Weiß, reiß. Okay. Vielen lieben Dank. Ja. Dankeschön. Guten Abend, Tee. Danke. Tschüss. Geisteskrankes Frühstück, Freunde. Ich zeige es euch gleich. Heiß, 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 heiß. Ihren Aktionen vom West-Western-Hotel. Ich muss kurz zum Auto steppen. Ich habe noch nie so einen heißen Tee gehabt in meinem ganzen Leben. Oh mein Gott. So, meine lieben Freunde. Ich habe mein Essen gekriegt. Und damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe schon mit einer Überraschungsbox oder wie auch immer ich sie nennen soll, gerechnet. Aber dass es dann doch so viel und so vielfältig wird, das habe ich nicht gedacht. Aber Wing wäre natürlich nicht Wing, wenn er Besteck vergessen hätte. Deswegen musste ich jetzt bei Butni 5 Euro Besteck fetzen, weil es kein Plastik mehr gibt. Und das ist teuer. Na egal. Ähm, ihr habt es gesehen, Freunde. Ich habe einfach Rührei mit Würstchen. Ey, so frühstücke ich nicht mal zu Hause, wenn es mir gut gehen soll. Dann habe ich hier zwei Brötchen. Schön, ähm, Schinkenwurst, Salami. So eine Wurstwurst. Ich verstehe, was ich meine mit Wurstwurst. Ey, ich habe eigentlich noch ein Frühstück gebucht gehabt. Aber ob es das Frühstück hier toppt? Ich weiß ja nicht. Ich esse jetzt erstmal. Sag euch, wie das schmeckt. Und ich bin aber, ich bin geflasht. Bin ich ganz ehrlich zu euch. So, meine lieben Freunde. Ich muss das jetzt provisorisch im Auto essen. Aber ich glaube, das ist kein Problem. Ähm, natürlich kriege ich nicht irgendwie mein Hotelfrühstück auch noch schön am Tisch serviert. Das ging leider nicht. Aber Best Western Hotel, wirklich Daumen nach oben für dieses Gönnen. Mit Würstchen. Die haben mich gefragt, ob mit Schwein, ohne Schwein, mit Käse, ohne Käse. Äh, ob ich was zu trinken haben will, mir einen Kaffee gegeben. Ich bin aber nicht der Kaffeetyp, wisst ihr ja, Freunde. Weil, wisst ihr, was ich meine. Und dann meinte ich, Tee wäre lieb. Dann meinte ich, eigentlich ist Tee nicht drin. Jetzt weiß ich auch, warum. Das ist so ein Bonsentee. So ein Tee, das ist eigentlich kein Tee. Das ist eigentlich das Kaviar-Tee, Digga. Guckt euch den an. Der kostet, glaube ich, einem Beutel 9 Euro oder so. Habe ich 9 Euro? Nein. Nein, ist auch egal. Ich probiere mal jetzt die Wurst. Sogar noch schön warm. Alles aus. Kommen wir zu den Eiern. Ich muss meine Eier eigentlich immer salzen. Aber natürlich haben die mir jetzt kein Salz oder so eingepeilt. Wie schon befürchtet, bisschen Salz. Ganz ehrlich, man kann sich nicht beklagen. Ich habe bezahlt für mein Frühstück. Hier kann man es sehen. 3,50 Euro. Alles, was ihr hier seht, kostet 3,50 Euro. Unglaublich. Ich glaube, ich mache das jetzt immer. Ein einziges Brötchen bei einer Bäckerei kostet manchmal 3,50 Euro. Ich beschmiere mir kurz mein Brötchen und dann bin ich gleich wieder zurück. So, meine Freunde. Mein Salami-Brot. Ha! Digga, das, ich schwöre. Geht zum Bäcker, sagt, ihr wollt sowas haben. Brötchen mit Salami 1,60 Euro. Ich habe hier mit Eier und Tier Würstchen 3,50 Euro. Ha! Was dazu meiner Meinung nach sehr gut passen würde, wäre natürlich Butter. Ich habe keine Butter auf mein Brötchen. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Dafür habe ich hier so Tomaten. Die kann ich danach so nachpfeffern. Oder eine Gurke. Das ist nicht so Trux. Freunde, ich probiere jetzt noch einmal kurz das hier. Das ist mir fremd. Wenn das Leberwurst ist, muss ich sterben. Ich glaube nicht, dass Leberwurst ist, weil ich mag keinen Leberwurst. Das kommt aus der Leber. Oh, ich glaube, das ist Mett- oder Leberwurst. Oh! Freunden, das war Leber- oder Mettwurst? Nein, nicht nochmal. Dann habe ich hier noch so einen Schinken. Manni, meinst du das letztes Mal Serrano-Schinken oder so? Schmeckt aber ganz gut, Freunde. Ich esse jetzt mal mein Frühstück auf. Wir haben 3,50 Euro. Komplettes Menü. Mit Eier, mit Würstchen, mit zwei Brötchen. Gurke, Tomate, mit Tee. 10 von 10. 3,50? 10 von 10. Ich habe jetzt noch ein Frühstück gebucht gleich, Freunde. Da gehen wir gleich auch einmal hin. Checken einem ab, was die so gönnen. Ich glaube, das Frühstück hat 3 Euro gekostet. Dann gucken wir mal, was Mittagessen und Abendessen so für uns bereithält. Es ist immer eine Überraschungsbox. Ich weiß heute nicht, was ich essen werde, aber ich finde es nice. So, meine lieben Freunde, das zweite Hotel wartet auf mich. Moxi. Ich dachte erst mal, das ist so ein kleines Frühstücksrestaurant. Aber es ist auch ein Hotel. Aber es ist nicht so schlimm. Dort gibt es Frühstück auch für 3,50 Euro über diese Too Good To Go App. Ich habe mich gestern Abend schon registriert, dass ich jetzt um 11 Uhr hier ein Frühstück abhole. Es ist 11 Uhr. Ich gehe mal rein, abchecken, was es so fresh es gibt. Frühstück Nummer 1 war schon krass. Jetzt bin ich gespannt, wie Frühstück Nummer 2 ist. Aber ich nehme euch einfach mit. Moinsen. Ich habe mir hier über diese Too Good To Go App. Hast du schon mal bezahlt. Ja, genau. Abholung ausstehen. Das kriegen wir aber geändert. Ah, okay. Echt interessant. Das ist für dich, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Guten Appetit. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Digger, was eine Platte. Diesmal habe ich das so mitgekriegt. Ich setze mich mal wieder in meinen neuen Arm gehen. Mein kleiner Fritz. So, haben wir ein neues Autogold, Freunde. Oder uns ein neues Autogold. Und dann schauen wir mal, was die uns gegönnt haben. Alter. Eben gerade, es heißt ja sozusagen Too Good To Go. Sprich, es ist zu gut, um es wegzuwerfen. So. Und eben gerade hatte ich nicht das Gefühl, dass es irgendwo lag, kurz bevor es weggeworfen wird. Sondern so aus dem Buffet rausgenommen. Und hier, ja. Junge, wie viel haben die hier reingepackt? Junge, das kriege ich doch niemals aufgegessen. Aufstrich, sein Uronkel. Warmes Gebäck. Das ist auf jeden Fall sehr trocken. Dann habe ich hier ein Obst. Bisschen. Das ist nice. Das probiere ich auch gleich. Sehr, 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 sehr viele verschiedene Backwaren. Irgendwas ist hier warm. Ah. Englisch Breakfast. Eggs and Beans and... Bisschen. Wie weißt du, was ich meine? Ja, das sieht ein bisschen, finde ich, so unabititlich aus, wenn das einfach so reingeworfen wird. Aber sonst eigentlich fresh. So Croissants. Franz Brötchen. Mini Franz Brötchen. Von allem etwas dabei. Ja, schmecken auch eher nach gestern. Und heute einfach gehört es nicht mehr aufs Buffet so. Aber für 3,50 Euro, sei euch ganz ehrlich, weiß ich das mit Liebe. Also ich muss schon sagen, Freunde, ich bin leicht fasziniert. So viel Aufstrich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, 7 Brötchen. Ich finde, es ist zwar, glaube ich, nett gemeint, aber es ist ein bisschen zu doll. Weil ich kann keine 7 Brötchen essen. Es ist ja nicht gedacht, dass es einfach von jemand anders weggeschmissen wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich gehe ja nicht hier hin. Damit die das nicht wegschmeißen, die geben es mir und ich esse was und ich schmeiß dann weg. Also ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber so wie beim ersten hat es eigentlich ein perfektes Frühstück. 2 Brötchen, bisschen hier, bisschen da. Das war gut. Und jetzt probiere ich natürlich das Ganze trotzdem. Ich bin gespannt auf das tropfende Eggs and Bacon. So, meine Freunde, hier haben wir ein paar Würstchen und Eggs and Bacon. Wie gesagt, ist vielleicht ein englisches Hotel oder britisches Hotel mit Würstchen, Eggs and Bacon. Würstchen sind noch schön warm. Sind vielleicht nicht von gestern. Probier mal die Eier, die Eggs und die Bagons. Das ist ziemlich heiß, ey. Von den Eiern bin ich jetzt nicht so der Fan. Da haben mir die Rühreier eben gerade viel besser geschmeckt. Aber die Würstchen sind okay. Jetzt ein bisschen Beans. Schön englische Art. Ein Stück. Doch, doch, kann man machen. Ich muss das später weiter essen, Freunde. Das ist zu viel. Was ich bemerkenswert finde an der ganzen Geschichte, ist, dass das Ganze so günstig ist. Also 3,50 Euro für so einen kompletten Korb. Wenn ich diese ganzen Sachen einzeln bestellen würde, dann wäre ich locker bei 15 Euro, sei ich euch ganz ehrlich. Franzbrötchen, Croissant, Eier und so weiter und so fort. Ich nehme das jetzt auf jeden Fall mit. Das, was ich nicht aufessen kann, schaue ich mal, ob ich irgendwie das Obdachlosen geben kann, die ich auf der Straße finde. Weil es ziemlich kalt ist draußen und bevor ich das jetzt wegschmeiße, gebe ich das gerne an jemanden weiter. Alles noch frisch. Wie gesagt, hier habe ich noch Ananas und so. Das mache ich jetzt nicht auf. Das gebe ich dann sozusagen auch den Obdachlosen. Echsenbacon wollte ich auf jeden Fall mal probieren. Franzbrötchen habe ich auch gegessen. Ein paar Backwaren habe ich auch gegessen. Freunde, hier gab es leider kein Getränk dazu, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wäre auch zu viel verlangt. Also war alles super. Aber ich bin natürlich vorbereitet, Freunde. Ich habe mir was zu trinken mitgenommen. aus meinem eigenen MyProtein Shaker. Ich hoffe, man sieht es. Hier steht einmal Steven. Und ich habe hier mir natürlich schön was eingefüllt. Habe nicht mal erwartet, beim ersten Restaurant, sage ich mal, oder beim ersten Restaurant was zu kriegen. Aber ich bin immer vorbereitet. Die heftigsten MyProtein-Rabatte findet ihr sowieso unten in der Videobeschreibung. Ich habe natürlich wieder meinen freshen MyProtein-Jogging-Anzug an. Der ist übrigens neu. Den gibt es aufgrund Black Friday. Black Friday fette Sales, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Dabei supportet ihr mich, dass ich weiter solche unglaublich geilen Videos drehen kann. Und einen Daumen könnt ihr natürlich auch geben. Aber jetzt geht es wirklich weiter zum nächsten Mal. Aber den Rest schenke ich dann sozusagen gleich einem Obdachlosen. Ich glaube, der kann was viel besser gebrauchen als ich. Und dann husche ich zum nächsten Laden und gucke mal, was man da so schönes kriegt bei Too Good To Go. Ich bin gespannt. Hier sind sogar echt welche. Ich frage mal, ob die das haben wollen. Moinsen, hier sind noch Frühstücksreste von einem Restaurant. Ich wollte die ihnen einmal geben. Franzbrötchen und so weiter. Gerne. Gute Tarts vollbracht. Ja, immer schön, wenn man Leuten was Gutes tun kann, Freunde. Muss ich wirklich sagen. Was Gutes für den Tag gemacht. Ich hätte es wirklich nicht aufessen können. Und Freunde, es hat mich 3,50 Euro gekostet. Kann man gerne weitergeben. Und jetzt geht es wirklich zum nächsten Restaurant. So, meine lieben Freunde. Als nächstes habe ich mir ein paar Snacks geholt. Nach dem Frühstück, nach zwei Frühstücken gibt es einen Snack. Und zwar bei Snackbox, so heißen die Kollegen. Und zwar kosten die Snacks. Also eigentlich bringen die mir jetzt gleich einen Karton, der jetzt nicht in meinen Mini-Mini-Regier reinpasst. Oder es ist überteuert. Also eigentlich 70 Euro, aber reduziert auf 20 aufgrund der App. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was ich hier kriege. Ich soll in die Lagerhalle. Hier sieht es aus wie eine Lagerhalle. Mal gucken. Bin gespannt. Ich muss schon sagen, das Coole an dem Smart ist, du kannst einfach überall parken, wo du willst. Und jetzt checken wir mal ab. Snackbox. Too good to go. Mal gucken, was es hier so gibt. Moinsen. Ich habe über Too Good To Go eine Box gekauft, wenn es mich nicht täuschen tut. Und die wollte ich gerne abholen. Da wusste anscheinend direkt schon Bescheid. Und dann bin ich mal gespannt, was für eine Box ich gleich kriege. Mit welchem Inhalt. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. So meine Freunde, da ist die Box mit ein paar Goodies. Was mich etwas irritiert hat, an der Tür stand 18 Euro. Das heißt, es ist jetzt kein spezieller Deal über diese Too Good To Go App, oder? Ich habe es einfach nur falsch verstanden. Die Box öffne ich aber zu Hause. Auf geht es nach Hause. Und dann gucken wir mal, was die so zum Mittagessen haben später. Erstmal Snacks. Snackies. So, meine lieben Freunde, zu Hause angekommen mit meiner Snackbox. Die ist hier. Lola ist hier schon am Homeoffice. Ich freu mich schon. Die ganze Zeit am Worken. Finde ich gut, während ich durch die ganze Welt mich rumtreibe. Aber egal, jetzt wird erstmal diese Snackbox geöffnet. Diese Mystery Snackbox. Und ich bin richtig gespannt, was hier alles drin ist. So, Friends. Packen wir mal jetzt live aus. Live Mystery Boxen aus den Pärksen. Oh, die platzt hier sogar schon fast. Okay, ich hoffe, weil irgendwie hat er die einfach rausgeholt. Und ich hoffe, dass wir auf den einen guten haben. Geschossen. Genau. Oh, ich habe es gesehen. Oh, yes. Oh, damn it. Wow. Und nochmal, Bifi. Magst du Bifi? Also, ich bin gar nicht der Bifi-Fan. Es ist abgelaufen. Es ist abgelaufen. Ich dachte, das ist kurz vor dem Ablauf. Aber ist ja Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, es ist alles auf jeden Fall noch haltbar. Sogar YumYum ist hier mit am Start. Alter. Alles am Start. Hanuta. 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 M&Ms. M&Ms sind, glaube ich, noch gültig gewesen. 26.12.21. Wir haben hier auch zum Beispiel 1.12.2021. Brezel. Zu fresh. Knoppers. Ey, das geht bis nach ganz unten, Digga. Boah. 20 Euro dafür. Ich glaube, wenn du zum Laden gehst und dir ein Kinderriegel kaufst, kostet es 50 Cent. Und hier sind schon zwei Kinderriegel drin. Also haben wir schon 1 Euro. So, Freunde. Das ist auf jeden Fall gut. Ich fetz mir jetzt auf meine KitKat White. Ich liebe KitKat White. Wo ist abgelaufen? Die nehme ich auf jeden Fall mit zu Oscars und Mandys Geburtstag. M&M. Aber immer das Beste schon mal rausnehmen. Leute, wer KitKat White nicht mag, muss ich mal probieren. Auf jeden Fall lecker, Freunde. Mittagessen ist gleich klar. Und hier wird bestimmt auch richtig lecker. So, meine Freunde. Als nächstes geht es für mich zu Mr. Wu. Einem asiatischen Restaurant. Dort wird mir mein Essen fertig gemacht. 4 Euro soll das kosten. Ich logge mich jetzt direkt ein. Alles klar. Jo, nehme ich. 4 Euro. Reservieren. Paypal. Hättet ihr jetzt gern gesehen, ne? Paypal. Hättet ihr gern gesehen. Liegt es nicht. Hm? Wenn ihr euch gebeutet werdet. Mach ich ohne eure Augen. Oh, Adresse. Adresse hätte ich auch gern. Zeige ich euch auch nicht. Zack. Und du hast teilgenommen. Supi. Feier mit deinen Freunden. Hab keine Freunde. Deine Abholzeit beginnt in 33 Minuten. Das heißt, da muss ich gleich hin. Und mir mein Mittagessen holen. Nice. 4 Euro Mittagessen. Ey, ich wüsste doch einen Döner. Okay, 4, 4 Euro. Deswegen vergleiche ich das mal. Auf dem Döner. So, meine lieben Freunde. Nächstes Restaurant. Asia-Restaurant. Hier kriege ich mein Mittagessen. Ich bin gespannt. Etwas aus dem Buffet. Ich war hier schon mal an Martins Geburtstag essen. Kann man auf jeden Fall machen, bin ich ganz ehrlich. Bin gespannt, was die mir da zusammen mixen. Oder schon zusammen gemixt hat. Aber wir gehen erst mal rein in die Bücher. Hallo. Ich habe hier über Too Good To Go was gemacht. Einmal, ja? Ja. Danke. Dankeschön. Haben Sie Plastik-Besteck? Nein, haben wir ja. Okay. Alles gut. Danke. Danke. Hier ist mein Essen. Ich hoffe, es ist noch warm. Bin gespannt, was das ist. So, meine lieben Freunde. The food is ready. Ich muss wieder mein Holzbesteck nehmen. Boah, ist voll gehauen. Alter, Chicken Nuggets. Was machen denn Chicken Nuggets in einem China-Menü? Also, ihr könnt es hier sehen. Chicken Nuggets. Eine Frühlingsrolle. Ich liebe Frühlingsrollen. Was das ist, weiß ich nicht. Ein bisschen Gemüse. Ein bisschen Hähnchen. Ein bisschen, also ein bisschen von allem. Haben die mir hier reingepackt. Ist auf jeden Fall nice. Und eine Portion. Nur so ein bisschen. Was mögen sie vielleicht, weißt du? Weil das ist schon echt von allem etwas. Frühlingsrolle ist ein bisschen feucht geworden. Also ein bisschen matschig. Durch die Soße. Aber für 4 Euro kann man sich nicht beschweren. Der war etwas knuspriger. Schöne, fette Ladung Reis, Freunde. Ist schon echt heftig, dass man das alles für 4 Euro kriegt. Ist halt nicht so individuell zugeschnitten. Halt wie der Mitarbeiter gerade Bock hatte. Ich dachte schon, was ist das denn? Was knuspert da so? Aber das ist eine Pommes. Hier ist nichts dabei, was ich nicht kenne. Die Nuseln sind ein bisschen hart, außer das Ding hier. Das Teil hier ist das Einzige, was ich nicht kenne. Das habe ich aber schon mal gegessen. Keine Ahnung, was es ist. Schaut mal rein. Hättchen Nuggets. Ist, glaube ich, drin, damit man überhaupt irgendwas mag. Ja, ist okay. 7 von 10. Weil es halt leicht so dahin geklatscht aussieht. Aber für 4 Euro kann man sich echt nicht beschweren. Das ist ein heftiges Mittagessen. Freunde, ich esse jetzt einmal auf. Und dann geht es euch auf jeden Fall weiter. So, meine lieben Freunde. Ich bin jetzt noch einmal los in die Wandelhalle. Direkt am Hauptbahnhof. Deswegen sind hier auch so viele Menschen. Und ich hole mir jetzt hier meine letzte Mahlzeit raus. Bei Ciao Bella. Ich hoffe, ich kriege Nudeln. Weil ich musste dann zu Hause warm machen. Ohne Mikrowelle. So, meine Freunde. Sehr, sehr nette Leute hier auf jeden Fall. Bin hier jetzt bei Ciao Bella. Und es gibt eine Pizza und sogar Nudeln dazu. Bin jetzt richtig gespannt, wie es schmeckt. Bewertung kriegt ihr von mir natürlich auch. 4 Euro Pizza und Pasta. Ist umsonst, Freunde. Ist umsonst. So, meine lieben Freunde. Nascht die Pizza jetzt schon mal direkt. Weil die noch schön warm ist. So kann ich sie am besten bewerten. Das Stück alleine kostet eigentlich 2,90 Euro. Hab ich gerade abgelesen. Noch ein bisschen mehr Knoblauch hätte nicht geschadet. Bin ja Fan von Knoblauch. Weil er meint so, magst du scharf? Und ich so, ja. Ja, ist okay. Ich mach dir was. Er geht so nach hinten. Mixt mir irgendwelche Schmikalien zusammen. Das ist entstanden. Aber Bock. So, meine lieben Freunde. Netze Mahlzeit für heute. Ich rechne euch gleich mal zusammen, was ich heute alles ausgegeben habe. Aber hier habe ich erst mal noch Nudeln mit Bolognese. Und oben habe ich Nudeln mit Tomatensauce. Weil Nudeln mit Bolognese leer war. Da hat man wirklich erkannt. Da kriegt man wirklich so die Reste. Finde ich gar nicht schlimm. Er meinte, magst du vegetarisch? Hab ihn angeguckt. Ich meinte, sehe ich so aus, als ob er nicht vegetarisch mogen würde. Er so, nee, du bist schwarz. Du magst Fleisch. Ich so, genau. Und deswegen habe ich hier Bolognese gekriegt. Schmeckt ganz gut. Vielleicht noch ein paar Gewürze so. Ich gucke jetzt mal, Freunde. Was ich zum Summarum für mein Essen bezahlt habe. Für mein Frühstück bei dem Hotel habe ich 3,50 Euro bezahlt. Für mein anderes Frühstück in dem Hotel habe ich nochmal 3,50 Euro bezahlt. Snackbox hat 20 gekostet. Die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Weil ich fand, dass die, das Palat nicht so reingepasst jetzt. So in der Wertung, wenn ihr versteht, was ich meine. Mr. Wu Asia, 4 Euro. Und Ciao Bella, nochmal 4. Sind 15 Euro für zweimal Frühstück, einmal Mittag und Abendessen. Geisteskrank. Wenn wir die Snackbox nun zuzählen, habe ich 40 Euro für All You Can Eat. Dann habe ich noch Obdachlose versorgt. Und ich habe eine Snackbox, die rumliegt und so für Partytime Samstag bei Oskar. Nehme ich die einfach mit. Brüche ich so, als ob ich es so mitbringen soll. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe es selbst gekauft. Kann ich empfehlen, Freunde. Kann man machen. Ich bin ja sogar noch penibel unterwegs. Das heißt, eine andere Person wird es noch mehr fühlen als ich. Ich esse jetzt meine Nudeln auf. So, meine Freunde. Hiermit beende ich das Video. Das war es gewesen. Vergisst nicht, den Black Friday Sale. Gönnt euch auf jeden Fall. Supportet mich zusätzlich. Wie gesagt, Pulli gibt es auch. Jogginghosen natürlich auch. T-Shirts und alles, was ihr braucht. Gut, könnt ihr da unten in der Videobeschreibung finden. Liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es dann irgendwann mal wieder reicht. Steven! Probiert! Willst du den mal anders einstellen? Probiert! Willst du den mal danach? Willst du deinen Mal erst mal update? BRTRhein!